Nein, ich meinte hier mit dem Upgraden, mit den Woodblacks. Achso, ich würd schon sagen. Ja, musst du mehr mitnehmen. Ich hab schon einen 64er Stack mitgenommen. Oh, ich bin noch nebenbei am Craften. Was? Nur 64er? Ja, 64er, äh, wo holt? Weil schon, dass das Holz auf 250 Stack ist. Haben wir irgendwo noch ein Lederbuch? In irgendeiner Kiste, vor Wand, wenn du reinkommst. Wie komm ich denn hier wieder runter? Ja, gut. Weil ich räume hier mal meinen ganzen Mist auf. Sascha, hast du deine Klamotten schon weg? Sascha ist, glaub ich, schon ein ZF geflogen. Ich gehe nämlich aus der Höhle wieder raus. Ja. Hast du Woodframes mit oder so, oder Holz? Also ich hab gar nichts bei, ich hab nur Eisen bei jetzt. Oh, nicht gut. Wenn du runter gehst, nimm besser immer ein paar Frames mit. Ja. Immer besser. Immer besser. Was machst du eigentlich, Blecki? Upbraken. Ach, okay. Aber ich kann sonst auf dem Retrowake mal bei dir vorbeischauen. Ach, muss ich mir anschauen von draußen. Das ist jetzt hier und drin, äh, war ein Auftrag von Lars, damit es einfach a schöner aussieht und b, dass, äh, nicht so weich jetzt auch runterfallen. Wunderbar. Alter, das sieht aber richtig geil von außen aus. Tageslicht, ich hab Tageslicht. Das sieht wirklich geil aus, ja. Ja. Ich sag ja, mit den, äh, Blackstones, die jetzt da sind, da kannst du richtig geile Sachen mitfahren. Scrap-Iron kommen, äh, unter die Forge zu dem Blei mit rein, oder? Wo Bücher und die ganze Zeit mit drin sind. Oder haben wir für die eine extra Box? Aber Mutti hast du nicht vorhin hier mit Korbblöcken kaputt geladen? Ja. Ja. Du hast du vergessen, oder was? Äh, die halbe, ist noch ein paar da. Ja, da sind auch immer wieder welche nachgespawnt. Ja, wenn die, äh, Dinger da liegen, die du nicht kaputtgetoppen kannst, wo du nur halt, ähm, die Dinger zu sprechen hast. Äh, die Köpfe mit den Birbelsäulen, äh, die kommen dann halt bisschen später, die kannst du so nicht wegprüfen. Erstmal eine Qualm hier. Boah. EGOSBIT, was willst du denn die anderen Hütter noch bauen? Boah, für die Kamer stbeln. EGOSBIT, was willst du die andere Hütter noch bauen? Und vielleicht mal etwas Metall oder Beton, ich weiß noch nicht ganz genau. Ich habe jetzt noch nicht studiert, weil Lars gesagt hat, ich soll jetzt erst die Taverne machen. Ich würde vielleicht sagen, ich würde mal sagen, Scrap-Ivan, weil das so ein bisschen rustig, würde ich so machen, damit es ein bisschen rustikal ausschaut. Ja, klar, wäre auch möglich. Würde ich jetzt halt machen. Ja, ist recht stabil. Wollte einfach etwas Stabiles. Ja. Ein Cobblestone gefällt Lars nicht. Er sieht auch irgendwie schlechter aus jetzt. Ich finde ihn geil. Ist zwar schon etwas zu hell, aber... Ja, das ist das Problem und die Textur ist ziemlich plastisch. Gerade. Räumen war auch extrem zu dunkel und zu hell. Ja. Finden halt die goldene Mittel. Nichts. Ja. Ja. Und dann sehen wir uns. Und dann sehen wir uns. Und dann sehen wir uns. Ja. Spannende Musik. Ja. Ja. Da macht er, da sind alles zu... Puh, wenn man das mit dem, was die, die Motorradar ist. Das ist gut. Das stimmt. Ja, das stimmt. wieder da ich brauche mal noch vor uns zu uns gegen schlägst uns aber ich sag nun auch mal gute nacht Ich bin gespannt. Ja, Nacht. Ja, Nacht. User disconnected from your channel. Bist du immer noch am Abborn? Ja. Abborn? Ah, ok. Da hätten Ivo Pinkel sein. Südlich im Dorf. Nimmst du den Laden hier auseinander, oder was? Ja, hey, schau mal. Die kann man abbauen. Ist echt geil. Ach, den Laden? Ah, ok. Ja, den kann man dann abbauen. Aber auch eine Kiste extra für die Schottis. Ja. Ja. Willst du eine normale Shotgun irgendwo ablegen? Oder einfach eine? Es ist ein Good Shotgun Short. Es ist ein Short Stock. Ich musste mal gucken. In irgendeiner Kiste liegen nur Shotgun Teile. Kommt zu übersehen. Irgendwo unter dem Desk selbst irgendwo da. Ja. Ah, klar. Pump, Shotgun, 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 noch mehr Shotgun. Eine riesen Kiste voll. Fast voll. Und ich übersees. Ja. Ich sag dazu nur einmal mit Profis. Blacky, bei dir hat eine Farrel angeklopft. Und du hast es ignoriert. Ja, aber ich dachte, dass das nur so ein einzelnes Vieh war. Oder so eine Wanderung. Man rechnet doch nicht am Nachmittag mit so einem Scheiß. Der Farrel kann man immer rechnen. Ja, ich aber nicht. Hält sich nicht an Zeiten. Aber bei einer Farrel sind immer Hunde dabei, oder? Hunde, Bienen, manchmal ist alles Mögliche dabei. Selbst bei einer Wanderhorte können Hunde und Kotzer dabei sein. Ja, aber nicht Hunde und Bienen zusammen. Nee. Und der Spawn bleibt ab einem gewissen Punkt und dann hört er direkt auf. Da ist die Spawn erstmal für die Reine und dann hören die auf. Ja, die sind ja gespawnt gewesen. Ähm, jetzt lass mich mal schwindeln. Ja, mach mal. Ähm. Was? Schwindeln? Ja. Eben gesagt, da kam ja drei, vier Schwünge auf einmal an und dann war plötzlich Ende. Ja, drei, vier Schwünge bei einer Wanderhorte spawnt nur Einschwung und dann ist aus. Ja, ja. Ja. Ach, guck mal, so ein Wanderhorte, ja. Ah, nicht wird es reichen. Bist du fein? Wie? Bist du fein? Nee, aber eigentlich wird es reichen. Ja. So, ich hau dann auch langsam ab. Ich sag mal Tschüss zwischen, ne? Ja, ja. Ungefähr. Jo, tschö. Tschö. Schlaf gut. Jo.